Forschung, die wirkt, ist auch bei Controlling, Rechnungswesen und Finanzmanagement großgeschrieben. Mit den inhaltlichen Kernthemen Planung und Reporting befasst sich diese Forschungsgruppe schon seit geraumer Zeit. Führungskräfte und Investoren sind heute mehr denn je mit komplexen Entscheidungssituationen und unüberschaubaren Datenmengen konfrontiert. Mit der zunehmenden Informationsflut steigt auch Ihre Wartungshaltung an ein professionell aufbereitetes Reporting, das es Ihnen ermöglicht, relevante Faktoren rasch und einfach zu erkennen. Bis dato existieren allerdings keine empirisch fundierten Richtlinien, wie solche Berichte optimal gestaltet werden sollen. Folglich sind die Berichte das Ergebnis eines aufwendigen Trial-and-Error-Prozesses und die Unzufriedenheit der Entscheidungsträger entsprechend hoch. Mit unserem Langzeitprojekt Reporting Design können wir die Qualität von Berichtdarstellungen objektiv messen und daraus fundierte Richtlinien für ein wahrnehmungsoptimiertes Reporting Design ableiten. Mit unseren Ergebnissen können komplexe Sachverhalte und Big Data schnell und zielgerichtet analysiert und korrekt interpretiert werden. Dabei erstreckt sich unsere Forschung auf ein breites Spektrum von Darstellungsmedien, die vom klassischen Printbericht bis zu interaktiven Dashboards in großflächigen Digital Boardrooms oder auf Kleinsbildschirmen am Smartphone reichen.